Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Eastshade. Wir befinden uns in Nava auf dem Markt. Ich habe mich beim letzten Mal dort in den Erbsenfeldern ein wenig umgesehen. Und habe dort tatsächlich noch Mantel. Den kaufen wir uns jetzt. Jawohl. Okay, alles klar. Gut, danke schön. Haben wir hier noch etwas, das wir kaufen können? Neun. Waren durchstöbern? Ne, das haben wir beides schon. Okay, danke sehr. Aber hier können wir ein paar von den Ellritzen loswerden. Fisch verkaufen. Obwohl, wisst ihr was, mit den blauen Ellritzen können wir die Donnerforelle fangen. Und da bekommen wir ja sehr viel mehr dafür. Wir machen das mal so. Okay, so, lass mal gucken, wie spät es ist. Also, in den Erbsenfeldern habe ich, du siehst ja besonders begeistert aus, in den Erbsenfeldern habe ich noch das Zubehör gefunden für eine weitere Leinwand. Aber ansonsten befand sich nichts darin. Mal gucken, ist es noch 18.06? Das könnte ein bisschen knapp werden. Ja, das könnte knapp werden. Aber egal, wir probieren es mal. Ne, halt, warte, hier ist doch verkehrt. Da muss ich hin. Oh, Entschuldigung. Verzagen. Ich wollte nicht aufdringlich erscheinen. So, schafft man es, innerhalb einer Stunde da rüber zu laufen, zu dem alten Turm? Oh, das wird schon arg eng. Aber hier hat sie jetzt eigentlich den Lantel direkt angezogen. Wir werden es gleich herausfüllen, ne? Falls nicht, erzeugen wir mal eben schnell ein Feuer. Okay, so, hier runter. Ja. Oh, da ist auch so ein schöner Wasserfall. Ach, wie herrlich. Waren wir da eigentlich schon bei dem Wasserfall? Ne, ich lasse mich jetzt nicht abredenken von rechts und links. Das ist mir jetzt ein bisschen heikel hier. Ja, ja, da liegt noch alles mögliche Zeug. Ich weiß. Können wir auch gut gebrochen. Können wir dann verhökern. Zack. So. Na, geh mal nach Hause, du. Da hier passieren gleich Dinge. Ja, ich weiß. Hier liegt noch alles mögliche Zeug. Aber ich bin scharf da drauf, dieses Rätsel, um den, ähm, ne? Ihr wisst schon, zu lösen. Oh, hier liegt so viel Zeug, was wir mitnehmen könnten. Mann. Sind wir überhaupt nicht richtig? Ich hab das Gefühl, wir sind völlig verkehrt. Hallo? Ist das hier richtig? Hier ist der Turm? Hier ist ein Turm. Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung, kann das sein? Da ist der große Baum. Okay. Ja, super soweit. Oh, nein. Das war die verkehrte Richtung. Ich glaub's ja wohl nicht. Äh. Ja. Und mein Orientierungssinn schlägt wieder zu. Ich bin begeistert. Okay. Aber noch ist nicht kalt, ne? Noch ist es nicht kalt. Ah. Sie hat wohl den, den Mantel gleich angezogen. Aber dann müssten wir doch, wir müssen über die Brücke drüber und dann nach Süden. So weit, so gut. Oder täusche ich mich da? Ist doch richtig. So hier so? Jupp. Und jetzt einfach nur Richtung Süden. Einfach nur nach links weg. Ach, hier liegt so viel schönes Zeug. Ah. So. Da. Querfeld ein. Das muss reichen. So. Jupp. Hallo? Lässt du mich mal bitte? Okay. So. Jetzt müssten wir doch gleich direkt davor stehen. Na ja, fast direkt. Aber passt. Okay. So. Hier sind wir. Okay. Hier würde ich gern folgendes machen. Ähm, hier stelle ich jetzt mal das Zelt hin. Ausrüstung. Mantel. Sieht müde, um nachts warm zu halten. Kann ich aber nicht anziehen. Okay. Zelt. Zelt. Das Zelt stellen wir hier auf. Zack. So. Jetzt hat er den Eingang wieder irgendwo platziert. Ich hätte mich zu gern direkt vor den Eingang gesetzt. Hallo? Wo ist der Eingang? Ach, da. Okay. So. Außerdem basteln wir hier jetzt mal ein Lagerfeuer. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Floß? Nee. Da, Lagerfeuer. Och ja, das kriegen wir hin. Dichtmasse. Hm. Okay. Ja. Also. Ja. So. Hier kommt das Lagerfeuer hin. Okay. Gut. Und jetzt können wir hier ausharren. Wir könnten, ähm, das schon mal, schweres Schilf, tingling, tingling, weise Blütenbeutel. Aus nichts von dem hier kann man, kann man, ich dachte eigentlich die Kerzen hier reinzustrecken. Okay. Ähm, schweres Schilf. Lass mal gucken, was ist denn hier so, was sind denn die Eigenschaften davon? Strandkraut, startig und zackig, uninteressant. Sieht weich aus, hat aber Stacheln, uninteressant. Stofffeder, nee, nee, nee. Schweres Schilf, nützlicher als, ja. Tintling. Die Tinte tropft überall hin. Hm. Hydratistel ist er schwarz. Okay. Linderaufgabe. Schimmern alle. Verträumten schimmern seines Hafenbräns. Okay. Ja, gut. Atomöle, Tänktur, chemischen Wurzeln. Sie sind wirklich zähl, fast wie Seil. Hm. Tee, der ist ja schon klar. Giftknolle, nicht zum Verzehr geeignet. Was auch immer wir damit machen können. Blaue Insel. Ja, eine weiße, sie klingt hohl. Okay, das hilft jetzt irgendwie nicht weiter, ne? Wir probieren es einfach mal aus. So, können wir den Braun? Blütenbeutel-Tee. Ja, spitze. Okay. Hm. Gut. Was können wir noch nehmen? Strand können Wurzeln. Können wir aus den Wurzeln irgendwas machen? Mysteriöse Mischung. Aha. Okay. Zieh. Gut, also hier können wir irgendwie nicht wirklich viel mitmachen. Da ist auch nichts los. Können wir das jetzt eigentlich trinken? Blütenbeutel-Tee. Sprudel ich. Hui. Was ist jetzt? Irgendwas können wir jetzt machen? Ah, nein. Der Blütenbeutel-Tee hat irgendwelche Eigenschaften, ne? Aber ich habe beim besten Willen keine Ahnung welche. War das der, der einen springen lässt? Ne. Der hält einfach nur warm, ne? Obwohl, das brauchen wir ja inzwischen gar nicht mehr. Hm. Gut, da unten läuft die Zeit ab. Wie lange müssen wir wohl warten? 21.06. Ich wette Mitternacht. Es ist doch immer Mitternacht, oder? Es ist immer Mitternacht. Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Da muss ich euch ja jetzt nicht mit aufhalten, während ich erwarte. Ähm. Ich bleibe hier einfach mal stehen. Und warte bis Mitternacht. Wenn bis dahin nichts passiert, dann ist egal. Ähm. Und schneide das so zusammen, dass ihr, ja. Schneide das zusammen und hole euch dazu, wenn hier tatsächlich was passiert. Okay, also bis gleich. Oh, da. Da ist etwas. Oh. Es ist Ingoth. Äh, okay. Du zuerst. Was? That old tower was once used to communicate urgent messages to Narva using signal fires. Some years ago, the need for such a tower faded. It felt to ruin. That old tower? Someone has taken up residence there. I suppose one could say this person is hiding out. They wish not to be bothered by anything. And that's something I can relate to. Okay. Lass mich raten. Es ist der Architekt. This person wishes to remain unknown. And I mean to respect their wishes. I hope lock it up. And only I hold the key to enter. I deliver supplies at night. Okay. Warum versteckt sie sich? I think they feel that the world of people is no place for them. I'm not sure this is the right solution. But the choice is not mine to make. I do hope you decide to keep this a secret. It's exposure. It's nothing to you and everything to the one who draws Natal. Well, I suppose you've already connected the dots. I guess someone would guess it eventually. The one who draws Natal. The architect of New Lindau. The one who designed the beautiful buildings. The one who has been missing for years now. Maybe this is for the best. Perhaps it's time someone talked to him. And maybe it's best if it's an outsider. I think deep down he doesn't want to be living in a town. He is right. And he is proud. Will you talk to him? I'll leave the door unlocked for you. Ja, gerne. Ja, ich bin neugierig darauf, ihn kennenzulernen. Wow. Juhu, wir kommen da rein. Ehm, mach die Tüter nicht zu. So. Let's mal umsehen, umsehen, umsehen. Da geht es noch weiter nach oben. Ist es okay, wenn wir hier bei ihm klauen? Ich bin mir nicht sicher. Äh, auch warum nicht. So, rauf. Ah. Ist es schon schön, da ist unser Zelt. Unser Rastplatz. Äh. Okay. Wir, warte mal. Äh, gut. Wir sind jetzt hier oben. Aber, wo ist er denn? Hä? Ich gehe noch runter. Hier drin war er doch auch nicht. Da ist ein Laken. Das sieht nach einer Leinwand aus. Hä? Wo ist er denn? Er ist gar nicht da. Er ist nicht hier. Äh. Ups. Das war ein bisschen zu schnell. Er ist nicht hier, ne? Ah. Okay. Jetzt sind wir wieder draußen. Tja. Hallo? Okay, vielleicht können wir ihm auch nur tagsüber begegnen. Weiß der Kuckuck. Okay. Ähm. Ich schlafe... Wie spät ist es denn? 23.44. Hm. Ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Und, ähm, dann besuchen wir ihn mal tagsüber. Äh. So. La 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 la. Ja. Sexuhr sollte ausreichen. Rasten. Hm. Guten Morgen. Ah. Na ihr? Oh. Herrlich. Kommt das bei mir mal zusammen? Oh. Ah. So. Jetzt gehen wir mal rein. Hm. Ich hoffe es ist nicht zu früh. Er ist immer noch nicht da. Ne? Was ist da los? Er ist nicht da? Hm. Okay. Wir sollten noch eine Windmühle malen, ne? Müssen wir direkt vor der Windmühle stehen? Hm. Lass mal gucken. Natürlich. Ich kenne die Apparatur noch nicht. Dann sind wir echt die Windmühle zu sehen. Okay. Gut. Also, ähm, ja. Das ist jetzt faszinierend. Aber, wenn er nicht da ist, wo auch immer er sich herumtreibt, wird er nicht von der Decke hängen. Ähm, gut, ja. Also, je. Na schön. Wir kommen auf dem Rückweg vorbei. Tja. Okay. Wir kommen auf dem Rückweg vorbei. Ich gehe erst mal wieder, ähm, nach Lindow und, ähm, und male mal die Windmühlen. Windmühlen. Vielleicht genügt das ja so aus der Ferne. Und auf dem Rückweg kommen wir hier nochmal vorbei und schauen mal, ob er dann zu Hause ist. Obwohl, die sind hier alle. Guck mal, da steht sie auch wieder. La, 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 la. Sollen wir sehen jetzt mal, ob das so gut ist, wenn wir diese Information streuen. Ah, ihr seid verwandt. Das ist es also, Architekt. Okay. Ja, gut. Ja, mach's gut. Tja, da ist er wieder. Unglaublich. So, wir gehen mal da oben zu diesem Aussichtspunkt. Und, ähm, ja. Ich hoffe, das reicht, um diesen Auftrag Windmühle abzuschließen. Weil, nun noch kommen wir ja aus welchen Gründen auch immer. Nicht da hinten hin zum Tiffmoor. Zu den Tiffmoorkleppen. Ne, das ist nicht gut. Darum hat es mir besser gefallen. Hier ist aber der Baum davor. Nicht genau unten zu dem, äh, zum Hafen. Das scheint mir nach eine bessere Idee. So, mal gucken, ob wir von hier eine bessere Sicht haben. Ja, und wieso, wieso? Oh ja, das sieht gut aus. Guck mal, da drüben ist auch noch ein Haus. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Okay, also, erst mal malen. Eine Leinwand zu malen. Tja, schade, dass wir hier keinen Zoom haben, ne? So. Und E malen. Ich hoffe, das ist nah genug. Ich befürchte allerdings nicht. So, außerdem sollten wir ein Lehmhaus malen. Ein Lehmhaus auf dem Lande. Was innen? Ist das ein Lehmhaus? Ist das hier ein Lehmhaus? Da ist der Kuckuck, ne? Ich male es einfach mal, mal gucken, ob das, äh, ob das dann ausreicht von wem. Was da oben ist? Da ist ein Steinhaus. Das hier ist, äh, keine Ahnung, ist das ein Lehmhaus? Ja, ich denke, das können wir so machen. So, also, Bild malen. Vier. Und, äh, ein bisschen größer vielleicht. Ja, so ist prima. Eben. Okay. Wo ist die Leinwand? Da. So, äh, was sollten wir noch malen? Lehmhaus auf dem Lande. Ein natürlicher Bogen. Da können wir auch noch mal hingehen. Und Sternenhöhle. Äh, äh, entweder unten am Strand, wo der Einsiedler wohnte, oder, ne, ich denke eher da, wo wir den, auf dem Weg nach Nava, wo wir den Fuchs gefangen haben. Okay. Gut. Ähm, okay. So, es ist etwas Zeit vergangen. Gehen wir mal zurück. Da. Mit etwas Glück finden wir den Typen jetzt deutlich. Ich gehe hier auch ein bisschen durchs Gebüsch, um noch ein bisschen Zeit zu vertrödeln. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Und, äh, dann gehen wir zurück zu... Oh, hier wird es schon drin. Guck, eine Feder. Oh, cool. Können wir auch verhökern. Na gut. So. Dann lass jetzt mal sehen. Architekt, bist du jetzt da? Hallo? Moin. 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 Er ist immer noch nicht da. Wo steckt denn der Typ? Ich denke, er will unerkannt bleiben. Dann... Warum streunt er dann hier so rum? Hm. Da unten ist der Strand. Hm. Das ist ja merkwürdig. Aber diese Aussicht... Aussicht. Wow. Okay, gut. Ähm, bringen uns aber im Moment nicht weiter. Okay. Ähm, runter, raus. Wo auch immer er steckt. Gut. Ähm, ich mach mich mal auf den Weg nach Nava. Und würde dann da gerne auf dem Weg dorthin diese, diese, diese Höhle malen. Und dann gehen wir auch direkt mal zum, äh, zum Ballon hoch. Ähm, und dann zu diesem Bogen, diesem Steinbogen. Ich bin ziemlich sicher, dass das mit dem Bogen gemeint ist. Da war dieser Durchgang zu dieser... Oh, da bringen wir natürlich alles mit. Ähm, dieser Durchgang zu der... Äh, wie hieß das noch? Ähm, zu diesem Strandabschnitt dort. Ich komm gerade nicht auf den Namen. Okay, hier kommen wir aber auch nicht weiter. Okay, gut. Gehen wir mal zurück. Na, wie geht's dir? Oh, sehr gerne. Okay, die Fische beißen nichts. Hm. Soll ich dir ein paar abgeben? Wir haben ja so die ein oder andere ältere Zegersack empfangen. Sollte also gehen. So. Sollen wir hier nochmal einen Tag sagen? Ich hätte gerne ein Rezept. Ein Rezept für... Oh, ach du liebe Zeit. Verlassener Turm. Ich würde gerne da gehen. Es ist schön, die Luft in die Luft von Zeit zu Zeit zu nehmen. Hm, okay. Architekt. Soll ich weiß, er hat Lindau ein lange Zeit vorgelegt und nie zurückgekehrt. Oh. Unfortunately, er und ich haben nicht sehr gut zusammengekommen. Oh, das tut mir leid. Na gut. Okay, mach's gut. Bye, bye. Ich bin der Primes unter der Fuß. Jojo. So, hier ist Zeug. Da kommen wir immer noch nicht weiter. Hm. Warum eigentlich nicht? Was ist so besonders an dieser Dichtmasse, die dort gefunden werden soll? Und wer wohnt hier nochmal? Ach so, du bist es. Hier die Eule. Alles klar. Na gut. Okay. So. Ah, was wir auch mal machen könnten ist... Aber ich würde gerne erstmal dieses mit dem Bild hier zu Ende bringen. Ähm. Was wir auch mal machen könnten, ist unsere Angelkünste ein wenig... Ja, also nicht nur auf Älritzen auszudehnen. Warum ruckelt das hier so? Ich hatte die schon beim letzten Mal die Grafikdings da runtergestellt. Weil ich fürchtete, dass es da anliegen könnte. Aber, hm. Scheint ja nicht so viel gebracht zu haben, ne? Oh, Pilze. Cool. Wir können noch mehr angeln. Noch mehr Fische. So, hier ist die Höhle. Ist das wohl diese Höhle, die... Die er meint? Lass mal sehen. Eine Sternenhöhle. Dass ich unter freiem Himmel bin und dann stelle ich fest, dass ich mich in einer Höhle befinde und Sterne um mich herinnen sind. Hm. Keine Ahnung. Sieht das wie Sterne aus? Irgendwie nicht so richtig, ne? Ich mach das mal ganz groß. So. Passt das? Oh, da können wir sogar noch ein Stück weiter reingehen. Ach. Huh. Was ist das denn? Was war das? Da ist irgendwas. Wir können in die Höhle hinein... Naja, gut. Nicht so weit. Hm. Gut, aber einfach cool, dass es geht. So. Ich mein, einfach so. So. Hier wird's jetzt auch ein bisschen düster. Äh, weiter geht's aber nicht. Okay. Sollen wir's hier probieren? Weißt du, guck, ich fand die Aussicht von der anderen Seite aber irgendwie cooler. Da ist, da ist doch ein Riesenfisch. Hier angeln wir gleich mal. Okay. Ich male hier erstmal. Zack. So. Jawohl. Was ist das für ein Fisch? Ähm, lass mal eben sehen. Die, äh, Bücher. Fische. Das bin so. Donnerforelle. Äh, die blaue Ellritze hatten wir. Die Donnerforelle. Bla, bla, bla. Das sah aber nicht so aus. Ben, macht Donnerforellen, äh, leben in Flüssen und fressen bevorzugt Ellritzen. Und hierzu gibt es kein, kein Bild. Sollen wir's mal riskieren? Ich mach das einfach mal. Ähm, Ausrüstung, Angeln. Also, wir probieren's erstmal hier mit, obwohl ich bezweifle, dass das... Oh, das geht ja gar nicht. Oh, ich kann hier gar nicht angeln. Ich kann nicht angeln. Okay. Vielleicht von hier aus. Gab es denn hier, da, mit dem Anglerbedarf, da gab es keine Kescher oder so, ne? Ach, das ist der Fuchs. Das ist gar kein Fisch. Das ist der Fuchs. Hi, geht's dir gut? Fühlst du dich wieder besser? Hm. Nein. Okay, gut, raus hier. Ich find den ja schon putzig, ne? Ich meine, blau ist jetzt nicht so nah, aber gut, egal. Ähm. So. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Und gehen um zu diesem... Ähm. Oh, das ruckelt aber wahnsinnig. Alter. Gehen wir mal um zu... Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Ich laufe schon wieder in die verkehrte Richtung. Das gibt's ja nicht. Hm. Orientierungssinn. Wir eine Stubenfliege. Ich erwähnte es vielleicht das ein oder andere Mal. Nein. So. Da drüben steht auch noch jemand. Ach, das ist hier wieder die... ...Gesellschaft. Natürlich. So. Okay. Das nehmen wir mit. Das können wir verhökern. Das gibt gut Kohle. So. Okay. Da ist niemand. Da ist der Turm. Den haben wir ausprobiert. Alles gut. So. Ähm. Ähm. Warte, wie ging das jetzt? Wir müssen einfach nur weiter auf dem Weg bleiben und nach Norden wandern. Dann kommen wir zum Ballon und... Ah, ich geh mal hier entlang. Dann kommen wir zum Ballon und dahinter dann zu dem, äh, zu diesem Rondell. Okay. Wir könnten ja auch mal in der Bibliothek nochmal nachschauen, ähm, ob es da Rezepte für Tee gibt. Ob dort vielleicht etwas über diesen Großvater steht. Also, ich meine, ich hab mich da zwar schon umgesehen, aber vielleicht nicht gut genug. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, fragen wir sie, ob wir hier helfen können. Ah, das nehmen wir mit. Zack. So. Moin. Na? Oh, unbedingt. Ja, bist du doof? Wir können dir doch helfen. Sollen wir einfach mal so auf gut Glück ein Bild, äh, vom Ballon malen? Ich mach das einfach mal. Ich stell mich mal hier hin. So. Und male ein Bild von mir. Warte, wie ging das? Fünf haben wir noch, aber ist nicht mal zu viel. Okay. Ballon. So. Wie? Der Luft... Ach! Das geht tatsächlich. Der Luftballon aktualisiert. Zeig mal. Der Architekt. Ich hab ja rausgefunden, dass der Ingriff denkt, dass ich mit ihm reden soll. Okay, ja. Ich habe den Fliegen... Ne, Marketingproblem. Ich sollte ihm das Bild zeigen. Klar. Okay, machen wir es. Äh, es ist Eklips, ne? Ja, okay, alles klar. So. Naja, dann machen wir das einfach mal. Das ist doch... Ist doch eine super Idee. Jaja, klar. Ja, ich hab hier voll die Lösung. Äh? Sie nimmt das Bild nicht an. Hä? Ja, vielleicht merkt ihr nicht. Sollte ihr das Bild zeigen? Wie kann ich ihr das Bild zeigen? Äh. So, nee, nee, nee. Nee. Ja. Nein, nicht immer mal einen Abbruch. Nein. Ich möchte ihnen das Bild zeigen. Ach, komm schon. Ah. Das ist richtig. Das halte ich für eine coole Idee. Ja, super. Super. Ich bin bereit für den Liftoff. Super. Okay. Oh, ich fürchte, die Folge heute wird wieder ein bisschen länger. Ui. Hier kommen wir jetzt nicht so einfach raus, du. So. Ähm. Nee. Können wir das Bild dann übermalen? Das ist ja... Das ist zwar schön, aber... Übermalen. Okay. So. Äh. Zack. Das ist doch wunderschön hier. Ja. Ja. Okay. Okay. Cool. Und auch so dramatisch mit dem roten Himmel. Okay. Dann kommen wir wieder zurück. Äh. Okay. Ich wusste, es würde mega großartig in der Flugzeuge sehen. Du bist ziemlich schnell mit dem Bild. Hier. Lass mich da ein bisschen Informationen aufgeben. Ja, klar. Ja. Ja, prima natürlich. Nicht nur das Bild, sondern auch, wo die Leute dich finden und so. Pilotin Nessa. Okay. Äh. Hab ich es jetzt schon? Das wird funktionieren. Das glaube ich auch. Das werde ich tun. Ich weiß auch schon genau den richtigen Ort dafür. Also, wir sehen uns gleich, aber ich muss noch mal eben da drüben hin. Ich kümmere mich sofort um. Okay? Nicht, das ist, ja, nee, wir kriegen es schon hin. Okay, Leute. Ähm. Das ist jetzt zwar nicht mehr viel, aber ich würde dennoch gerne eine Aufnahmepause einlegen, damit das Video nicht so wahnsinnig lang wird. So, das nehme ich noch mal eben mit. Und ich positioniere mich hier auch schon mal fürs nächste Mal, für die nächste Aufnahme, dass ich weiß, ach ja, das willst du auch noch machen. So. Ähm. Hier der Bogen da. Ah, das ist der Bogen. Das ist doch garantiert der Bogen, oder? Okay. Ich bleib hier mal stehen und speicher gleich. Euch danke ich vielmals fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.